Vergewissern Sie sich, dass sie die Richtige ist. Sie ist es. Gut, töten Sie sie. Wer sind Sie? Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich muss einfach nur wissen, was hier los ist. Ich glaube, wir sind in einen Krieg geraten. Mit einer der mächtigsten Dynastien des Universums. Warum passiert mir das? Ihr seid von königlichem Blut, Eure Majestät. Eure Erde ist ein sehr kleiner Teil einer sehr großen Industrie. Noch besitzt Beland das Anrecht auf die Erde. Wenn ihr es beansprucht, wird die Erde euch gehören. Eher lasse ich diesen Planeten verwüsten, als ihn mir von ihr nehmen zu lassen. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen Feuerkraft. Wenn wir nicht mehr dazukamen. Du suchst schon dein ganzes Leben nach ihr. Und sie ist dort unten. Er schießt sie! Jupiter! Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los.